Hallo zusammen, der Sigi von Autodeals hier. Ich werde euch heute gemeinsam mit der Betty, Hallo! den Sherpa Kumbila Downparker präsentieren. Nun lasst uns mal gemeinsam einen detaillierten Blick drauf werfen. Der Kumbila Parker ist wasser- und windabweisend, so dass ihr auch bei richtig schlechtem Wetter gut geschützt seid. Die Füllung dieses Downmantels besteht zu 50% aus Polyester und zu 50% aus Gänse-Down. Die Gänse-Daune hat eine Bauschkraft von 550 Guinen und ist außerdem wasserabweisend. Damit wird das Beste aus beiden Welten für euch hier kombiniert. Der Parker besitzt einen durchgängigen Reißverschluss vorne, sowie je zwei Seitentaschen, welche durch einen Druckknopf und einen Reißverschluss geschützt sind. Auf der Innenseite findet ihr eine Tasche, welche durch einen Reißverschluss geöffnet und geschlossen werden kann. Besonders interessant hierbei ist der Media-Port. Durch diesen Media-Port könnt ihr eure Kopfhörer rausnehmen, ohne dass ihr die Tasche öffnen müsst. Zusätzlich findet ihr an diesem Parker noch eine Kapuze. Diese Kapuze ist nicht abnehmbar, das heißt sie ist fest vernäht. Dafür kann man sie hier hinten anhand eines Kortelzugs entsprechend der gewünschten Größe einstellen. Mit etwa 600 Gramm ist dieser Parker außerdem noch sehr sehr leicht. Wenn es euch nun interessiert, wo ihr diesen Parker finden könnt, schaut einfach unten in die Beschreibung. Was haltet ihr nun von diesem Parker? Wir freuen uns auf eure Kommentare weiter unten. Falls es euch gefallen hat, einfach Daumen hoch. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.